Ein paar Wochen tourt der Zirkus Charles Knie erfolgreich durch Baden-Württemberg. Diesmal mit dabei sind sechs junge Friesenhengste. Und die erleben sozusagen ihre erste echte Zirkustournee. Als Drei- und Vierjährige sind sie dabei aber noch eher im Pflegelalter. Andrea Lotter war dabei, als die Newcomer der Zirkusszene von einem Pferdeflüsterer im Allgäu für ihr Leben in der Arena ausgebildet wurden. Ob Pforzheim, Offenburg oder Tübingen, Bei Marek Yama machen die jungen Friesenhengste ihre Sache schon ziemlich gut, findet auch ihr Trainer Elmar Kretz. Ein halbes Jahr lang war er nur für sie da. Da weiß man natürlich, warum man das gemacht hat, wenn man sowas sieht und es funktioniert jetzt. Und die Pferde laufen schön und sind schön trainiert, die Muskeln passen. Dann ist das natürlich für mich eine Genugtuung, wenn ich jetzt hier mein Produkt sehe. Der polnische Artist Marek Yama hat die gleichen Ansichten über das Training von Pferden. Aber der ist ganz, ganz witzig geworden, denn jede Woche habe ich irgendwelche Überraschungen von ihm. Weil ich letzte Zeit macht er, kommt er in Manege, dreht er in eine Sekunde, guckt er nur, der Johan guckt und dreht sich um und raus. Und ist wieder weg. Noch im Februar Intensivtraining bei Elmar Kretz im Allgäu. Vorher hatten sie keinerlei Ausbildung. Hier nimmt sich Elmar Kretz viel Zeit, trainiert häufig mit vielen Wiederholungen. Das sind halt auch immer so Sachen, die ich gerne mache, dass ich die wirklich stehen lasse dann da drüben. Und die sind bei mir, weil das sind halt alles so Disziplinsübungen, die müssen einfach halt auf meine Stimme hören. Und ansonsten kann man sechs Pferde in einer so kleinen Manege oder halt sogar noch mehr Pferde nicht unter den Hut bringen. Braah! Es ist nicht normal für die Gegeneinander zu laufen, also gegen den Strom. Das macht es so schwierig, weil es halt wirklich so gegen die Natur ist. Also es gibt Momente, dann hat er das einfach noch so im Kopf, dann dreht er um und will den anderen hinterherlaufen. Also das haben wir eigentlich fast alle zwei, drei Mal. Jeden zweiten, dritten Tag passiert das immer wieder mal. Und er muss sich halt überwinden, dass er mir mehr vertraut, wie den anderen drei. Und entgegenläuft halt. Braav! Ebenso wichtig ist genaues Beobachten. Welcher Typ ist jedes Tier? Ich mache das eigentlich jeden Tag und ich ziehe da ganz viel raus für die Arbeit dann, weil ich halt sehe, okay, der ist jetzt dominanter wie der andere oder der andere steigt gerne. Das wird mal einer, der trainiert sich schon selber die Muskeln an fürs Steigen irgendwann. Das wird mal einer, der auch gerne steigt und das ist halt dann ganz gut. Vor allem ist es halt für das Sozialverhalten in dieser Gruppe sehr, sehr gut. Zurück zum Zirkus. Ich weiß, dass sich das gelohnt hat, weil der Marek halt sehr, sehr gut mit den Pferden umgeht und die gleiche Art hat wie ich, also wirklich über Zeit macht und viel stimme und halt wirklich viel Zeit mit den Tieren verbringt. Und darum, wenn man heute in einem großen Zirkus, wo gearbeitet wird, wie wir das machen, eine Nummer sieht, dann sieht man eigentlich Pferde, die fröhlich laufen, die halt die Ohren nicht anlegen, die den Schwanz nicht klemmen und das macht halt eine schöne Nummer aus. Und jeder darf seinen eigenen Kopf haben. Der Zeug ist wieder was Neues angefangen, das ist natürlich im ganzen Wiefer der Letzte. Hat er jetzt abgedreht, aber das gibt's. Die Friesen, die brauchen so wirklich ein intensives Zurufen, hier. Und dann kommen die erst so zur Mitte, das ist beim Araber ein bisschen feiner. Aber das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Sie laufen ja schön, gell? Bravo. Sehr gut. Kairos, bravo, Junge. Sehr brav. Ein gutes halbes Jahr Intensivtraining im Allgäu. Ganz stolz auf euch. Von jetzt an werden die Hengste von Marek Yama weiter ausgebildet. Doch man sieht sich. Es ist Wahnsinn, wie man sieht, wie cool die jetzt schon sind, nach so wenig Monaten. Hier in der Lautstärke, alles Wahnsinn. Ballast, Ballast, Ballast. Hey Marek, aber super geklappt, oder? Ja, aber das hat wieder gemacht. Ja, aber das war gut, ich bin ganz überrascht. Sehr gut. Ja, mehr aus der Manege und dem Alltag hinter den Kulissen können Sie kommenden Montag in Teil 1 unserer Reportagen Faszination Zirkus um 18.15 Uhr hier im SWR Fernsehen sehen. Ja, da arbeiten, wo andere Ursprung sind.